Warum verletzt man das Wesen, was man am meisten liebt? Aber dann ist es ja schon passiert. Dann sind die Verletzungen da. Mein Herz tut weh, wenn ich streite. Ich schäme mich vor mir selber. Es überfordert mich dann irgendwie alles. Manchmal verstehe ich einfach nicht, warum es so viele Pflichten und Aufgaben gibt. Ja, aber man ist irgendwo auch ohnmächtig, wie gelähmt. Kann nicht richtig reagieren. An was denkst du? Es tut mir leid. Es ist jedes Mal irgendwo auch eine Chance. Das nächste Mal besser zu tun. Wir gehören zusammen. Und doch gehen wir unseren eigenen Weg. Ich mache sie wie. Ich mache sie. Ich mache sie. Ich mache sie.